Unrucksymbol auf Platz 1 und Unromawalt auf Platz 3. Ein Riesenapplaus für Lena Fall. Ich will nicht warten. Also das ist ein großer Traum von mir und ja, ich finde Musik klasse. Lena Falk, eine Newcomerin, welche sich von vielen in der Branche bereits jetzt abhebt. Mit einem modernen Sound stieg sie in den oberen Plätzen der iTunes Charts ein. Auch live bebies sie Stärke und gewann den Hilfsschlager und Mehr Award 2018. Buchen Sie Lena Falk auch für Ihre Veranstaltung.